So, hat die Heide erstmal fünf Monate Ruhe vor uns. Kleine Abschiedstour, Saisonsschluss. Ach ja, schade eigentlich. Aber wir kommen ja wieder. Die Heide um die Heide. If you like, Dvalon, da, ich esse meine Heide. Du, 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 du ... Du, 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 du. Rundfunk Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018